Nachdenkseiten. Die kritische Website. Julian Assange seit 13 Jahren seiner Freiheit beraubt. Ein Artikel von Moritz Müller. Am 7. Dezember 2010 stellte sich Julian Assange in einer Londoner Polizeiwache der britischen Polizei, da es einen internationalen Haftbefehl gegen ihn gab, ausgestellt von einer schwedischen Staatsanwältin und nicht von einem Richter oder einer Richterin wie seitdem vorgeschrieben. Diese Gesetzesänderung wirkte sich nicht rückwirkend auf Julian Assange aus. In dem schwedischen Fall wurde nie eine Anklage gegen ihn erhoben. Er verbrachte die nächsten zehn Tage in Einzelhaft, daraufhin anderthalb Jahre mit elektronischer Fußfessel, gefolgt von fast sieben Jahren im äquadorianischen Botschaftsasyl und derzeit seit 1701 Tagen im Londoner Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh, oft auch das britische Guantanamo genannt. Seit Juni warten Julian Assange, seine Angehörigen und die Öffentlichkeit darauf, dass ein Termin für eine 30-minütige mündliche Auslieferungsanhörung angesetzt wird. Alles verläuft in diesem Fall so schleppend, dass man den Eindruck bekommt, dass die USA, die offiziell Assanges Auslieferung anstreben, ihn gar nicht dort haben wollen, zumindestens nicht vor den Präsidentschaftswahlen im nächsten November. Der ehemalige UN-Sonderbeauftragte Nils Melzer hat die juristische Kriegsführung, Lawfare, gegen Assange in seinem Buch Der Fall Julian Assange ausführlich beschrieben. Nachfolgend der aktuelle Newsletter von Free Assange Berlin. Vielen Dank an Almut Starkmann und Thilo Hase und alle Mahnwachenden, die für die Pressefreiheit auf die Straße gehen. Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter für die Freiheit von Julian Assange, für Pressefreiheit und freie Rede. Julian Assange ist mittlerweile seit dem 7. Dezember 2010 auf die eine oder andere Art seiner Freiheit beraubt. Wir laden euch herzlich ein gegen die drohende, jederzeit mögliche Auslieferung von Julian Assange zu protestieren. Und zwar wie gewohnt vor der US-Botschaft auf dem Pariser Platz am Brandenburger Tor. Am Donnerstag, den 7. Dezember 2023 von 18 bis 20 Uhr. Wir demonstrieren später auch in Sichtweite der britischen Botschaft unter den Linden Ecke Wilhelmstraße. Über eure zahlreiche Unterstützung freuen wir uns sehr. Neuigkeiten aus Großbritannien, USA oder Australien, wie es im Fall Assange weitergehen soll, gibt es momentan leider nicht. Wir warten nach wie vor auf die Entscheidung des Highcourt in London, ob Assanges Revisionsantrag angenommen wird oder nicht. Unterstützer von Julian Assange argumentieren, sein Fall sei ein rein politischer. Denn er habe als Journalist und als Verleger, als Mitbegründer der Plattform Wikileaks gehandelt und sein Recht auf freie Meinungsäußerung wahrgenommen. Doch selbst NGOs, die sich zum Beispiel für Journalisten und politische Gefangene einsetzen, sind in letzter Konsequenz merkwürdig zurückhaltend gewesen, wenn es um die Bezeichnung Journalist für Julian ging. Westliche Medien waren beteiligt, die seine Begründung, er nehme nur ein Recht auf Meinungsfreiheit wahr, kaum unterstützt haben. Erst im letzten Jahr haben sich fünf internationale Medien in einem offenen Brief zu ihrer Zusammenarbeit im Jahr 2010 mit Julian Assange bekannt. Näheres hierzu ist im Schrifttext am Ende verlinkt. Die USA, Großbritannien und Australien unterzeichnen der Wahl die verschiedensten Verträge und Handelsabkommen. Der Fall des Australiers Assange ist dabei kein Thema. Man bekommt den Eindruck, Assanges Behandlung und sein Schicksal zeigen, dass Demokratie und Meinungsfreiheit in westlichen Ländern kaum auf der Prioritätenliste stehen. Auch weil die USA seit 2010 behauptet haben, Wikileaks sei eine Art ausländische, dazu von Moskau unterstützte Geheimdienst-Website. Im Jahr 2010 lud Chelsea Manning Informationen von einer Website des US-Verteidigungsministeriums herunter. Mit Assanges Hilfe wurden sie auf Wikileaks veröffentlicht. Genau diese Tat wollen die USA als Grundlage für das Gerichtsverfahren in Alexandria gegen Assange nutzen, das seine Auslieferung in die USA begründet, wo ihm 175 Jahre Haft drohen. Doch das Argument, er sei als Journalist tätig gewesen und habe sein Recht auf freie Meinungsäußerung wahrgenommen, hat offensichtlich weder in den USA noch in Großbritannien großes Gewicht. Beide wollen an Assange ein neues Exempel für Journalisten statuieren, die bei ihrer Arbeit zu investigativ vorgehen und den Schmutz von Regierungen in aller Welt aufdecken. Die Botschaft ist klar. Denken Sie nach, bevor Sie handeln. Sie könnten wie Assange enden. Damit man einen Eindruck bekommt, wie Julian Assange in Belmarche untergebracht ist, ist im Schrifttext an dieser Stelle ein Beispiel für eine Zelle in einem SAMS-US-Gefängniskomplex abgebildet. Am 28. November 2023 jährte sich die Veröffentlichung des oben genannten gemeinsamen offenen Briefes Journalismus ist kein Verbrechen der fünf großen Zeitungen New York Times, Guardian, Le Monde, Der Spiegel und El Pais, in dem die Medienhäuser erstmals ihre Besorgnis deutlich erklärten. Zitat, Mittlerweile seit Jahren setzt sich die bundesweite Free Assange-Mahnwachenbewegung, bestehend aus lose organisierten Aktivistengruppen in vielen Städten Deutschlands, für den Fall Assange ein. Unsere Presseerklärung zu diesem denkwürdigen Tag, den 28. November, ist im Schrifttext an dieser Stelle verlinkt. Drei Vertreterinnen der bundesweiten Free Assange-Mahnwachenbewegung haben diese Presseerklärung an weit über 600 Medien und Journalisten verschickt, mit der Bitte um Weiterverbreitung. Wir hoffen auf eine nachhaltige Wirkung. Die Erklärung erschien bisher, soweit mir bekannt, in der Good News for Baden-Baden, bei den Nachdenkseiten und Präsenzer. Der französische Mathematiker und Assange-Unterstützer Cédric Villani durfte kürzlich Julian Assange in Belmarche besuchen. Er schrieb seine Eindrücke zu diesem Besuch auf. Sie erschienen in dem Medium Lobs. Im Schrifttext finden Sie die entsprechende Verlinkung. Eine englische Übersetzung dieses ganz besonderen Gespräches ist im Schrifttext an dieser Stelle verlinkt. Villani schreibt, Am Empfang des Belmarche-Gefängnisses an diesem Morgen im Oktober 23 verkündete die Mitarbeiterin sofort ihre Entscheidung. Der Gefangene Julian Assange wird das Buch, das ich ihm gebracht habe, nicht bekommen, weil er schon zu viele hat. Wie kann man zu viele Bücher haben? Ist ein Gefangener, der zu viele Bücher liest, eine größere Gefahr für die Gesellschaft? Später erklärt Julian Assange seinem Besucher, dass er das Bett aus seiner Zelle abgebaut hat, um Platz für seine Bücherstapel zu schaffen und nun auf einer Yogamatte schläft. Ohne die Bücher wäre ich tot. Sie sind meine Freunde. Und Villani schreibt weiter, Meine erste Frage ist natürlich die eines jeden, der einen Angehörigen im Gefängnis besucht. Wie geht es ihm? Offensichtlich nicht sehr gut. Übergewicht, neutraler Blick, müde Gesichtszüge. Wie könnte es anders sein? Es ist über ein Jahrzehnt her, dass er eine Straße entlang gehen, zu einer kulturellen Veranstaltung gehen oder einen Hügel hinaufklettern konnte. Dennoch verleiht das lange weißblonde Haar seinem Gesicht das Aussehen eines Weisen aus Tolkiens Märchen. Und seine robuste Haltung erinnert eher an einen Felsen als an einen zerschlagenen Mann. Zitat Ende. Immerhin eine vorsichtig optimistische Einschätzung. Quellenangaben und zahlreiche Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.